Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Badwoss Video. Es war sehr, sehr lustig. Wir haben in einer privaten Lobby gespielt, wo nur Zuschauer aus dem Stream von Harry dabei waren. Schaut auf jeden Fall bei Harry vorbei und jetzt viel Spaß mit dem Video. Allem ganz danke für die sieben Zuschauer. Kurze Warnung ist da, ist gut. Nee, bestimmt nicht. Und Noxid auch. Ey, ich sag euch was. Nein, er ist nur verspätet, der Stream. Ja, ich weiß. Wer ist denn Noxid? Wenn man verspätet macht, dann halt. Harry, weißt du noch, als wir Wasser und alles genommen haben und die P's gekippt haben? Das war noch Zeit. Kurze Sache, Leute. Spielt niemals M.R.G. Rush gegen Noxid. Ey, ich hab so knapp verloren, aber ich hab wirklich immer nur verloren. Ja. Ich find's halt gut, private. Ihr könnt auch, wie gesagt, in der nächsten Runde, wenn ihr mitspielen wollt, schreibt einfach euren Ingame-Namen rein. Ihr benötigt halt die Minecraft-Java-Dition. Aber ich denk, das haben hier die meisten von euch. Es war heftig, wie lange ich nicht mehr gestreamt hab. Und jetzt schauen einfach so viele zu, weil ich halt viel mehr Abonnenten hab als vorher. Fast 500. Das letzte Mal, als ich gestreamt hab, hatte ich gerade mal 300. Oder noch nicht mal. Ja, tschüssi. Das weine ich auch mit gestartet. Äh, vor allem gestartet ist da, ist gut. Wer ist denn jetzt gestartet? Gestartet ist ein Zuschauer. Hä? Und warum hast du jetzt eben was von Noxit gelabert? Weil ich immer erzählt habe. Ach so, ich dachte Nox, ah. Nee, Noxit spielt aber nicht mit, oder? Ja, TJ. Nee, Noxit spielt nicht mit. Will aber nicht später mitmachen. Ey, ich hab... Ich baue mein Bett einfach wieder zu. Ich hab länger als Harry überlebt. Ich lebe noch. Ja, du hast aber schon einen Tod. Hä? Klar. Ja, wow. Und kein Bett mehr. Bis da könntest du bitte als nächstes auf Black X gehen, danke. Hä, warum? Was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Nichts. Hm. Wer ist grau? Ah. Nein. Ist ja gut, dass grau bei mir um die Ecke ist. Ich weiß. Harry, kannst du fast bridgen? Ja. Oh. Aber ich mach's nicht, weil ich... Ich bin noch alle. Sagen wir so, ich... Hä, wie hast du die Errüstung? Hä, ist doch vielleicht. Ja, ich weiß. Aber ich camp halt nicht durch, wenn du dabei bist. Mach ich auch nicht. Ich camp mich jetzt auch. Ich camp mich in mein Bett rein. Und sobald jemand kommt, schlag ich... Wer ist pink? Er gibt's nicht. Cool. Ja, bin ich auch schon rüber. So. Ja, Harry, komm, hier! Ja, Harry, komm, hier! Ey, nee. Oh ja, wer ist blau? Gestartet. Ehre. Schade. Harry schießt sich davon da oben richtig runter. So, Harry, jetzt bist du dran. Ist da, du sollst auf Black X gehen. Danke. Moin, Dennis, willkommen. Hallo, Dennis, wie geht's so? Hallo, Dennis, wie geht's so? Hoch rein. Wenn du da bist, dann macht's richtig Spaß. Jetzt ist's noch langweilig. Komm auch... Ey, nee. Black X, hau ab. Harry, nein! Let's go. So, Harry, nimm das. Danke. Ja, 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 nein! Ja, nein! Du hast vier Feuerbälle überlebt. Warte, wer hat mich angegriffen? Ja, ist da, danke schön. Oder war's, ist da? Hä? Irgendjemand hat mich mit einem Feuerball angegriffen. Ja, ich. Auf mein Bett. Nein, das war nicht ich. Ist da? Weiß ich nicht, ob er es war. Warte, bin ich über, ist da? Bin ich über, ist da? Hm? Äh, äh, auf deinem Server. Ja. Harry, es tut mir leid. Let's go! Beim fünften bist du raus. Ich mach kurz mal Developer Plus über Supporter Plus. Okay, ist da? Oh, oh, hier ist jemand. Oh, oh. Worüber wir hier reden. Ist da, ich hause dich! Und da spielen wir halt. Drauf. Ich hab dir schon! Ja, und da haben wir halt ein Team. Nein! Nein! Oh, ist da. Ist da, du kriegst erst ein Bann. Harry? Kannst du nicht. Du bannst, die ist da jetzt. Nein. Doch. Fabro, du bist dem Server beigetreten. An alle, die den Discord Server beitreten, man muss die Regeln akzeptieren. Man muss. Man wird gezwungen. Ja, um zuzugreifen. Oh, im Blick ist es ja tot. Ach, echt? Was ist das, Ruebe? Was ist das? Was machst du da? Ruebe. Ja, also, das nenne ich professionelles Campen. Ist da auf, äh, bitte auf Ruebe. Nein. Nein! Was macht gestartet gerade? Geht's zu meiner Beher? Oh, oh, ist da schon. Ach, scheiße. Ist Mama eine Sekunde nicht da. Dann? Was ist passiert? Ja. Was machst du jetzt? Streife gehen? Ja. Ja, ich geh auch immer Streife durch meinen Discord Server. Was ist das? Campen, Campen 1 plus mit Sternchen. Ja. Übrigens, du bist jetzt im Finale irgendeine Star. Nee. Doch. Ich im Finale. Ja. Ja, weil du gecampt hast. Und nicht von Star getötet wurdest. Aber ich hab Harry gekillt, das ist super. Ich fühl mich richtig gut. Du darfst wieder in meinen Stream schauen. Ich weiß. Mario. Oh, jebe. Ey, ich bin zweiter Platz. Let's go. Ja, Harry, wo bist du? Na, Blackie, wo bist du wohl auf der Chatlist auf meinem Discord Server? Ganz unten. Das war's mit einer weiteren Badwurst-Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich riesig drüber freuen. Nicht vergessen, mal bei Harry vorbeizuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.